In diesem Video geht es heute um die Strahlensätze. Hier siehst du nun die Ausgangslage für die beiden Strahlensätze. Für die Strahlensätze brauchst du zwei Strahlen mit dem Anfangspunkt z. Diese beiden Strahlen werden von zwei parallelen Geraden geschnitten. Das alles siehst du in dieser Skizze. Zuerst möchte ich dir erklären, was der erste Strahlensatz ist. Der erste Strahlensatz lautet, die Abschnitte auf dem einen Strahl verhalten sich wie die entsprechenden Abschnitte auf dem anderen Strahl. Hier siehst du das Ganze nun auch färbig eingezeichnet. Würden wir das Ganze nun als Verhältnisgleichung anschreiben, würden wir erhalten A geteilt durch B ist dasselbe wie C geteilt durch D, da die beiden Dreiecke, die man hier erkennen kann, einmal das kleine grüne Dreieck und einmal das größere Dreieck ähnlich zueinander sind. Für den ersten Strahlensatz gibt es nun auch noch eine zweite Anwendung. Die möchte ich dir nun an diesem Beispiel zeigen. Hier können wir nun sagen, die Seite A verhält sich zur Seite A plus B genau gleich wie die Seite C zu der Seite C plus D. A plus B und C plus D siehst so hier nun grün eingezeichnet, hier ginge es um die langen Dreieckseiten. Als nächstes möchte ich dir noch den zweiten Strahlensatz zeigen. Der zweite Strahlensatz besagt, die Abschnitte auf den Parallelen verhalten sich wie die entsprechenden Abschnitte auf den Strahlen. wir können nun also die beiden Abschnitte auf den Parallelen x zu y wäre im zweiten Strahlensatz das gleiche wie A zu A plus B. Für den zweiten Strahlensatz gibt es auch noch eine zweite Anwendung. Die zeige ich dir nun mit Hilfe dieser Skizze. Wir setzen nun die beiden Abschnitte auf den Parallelen wieder ins Verhältnis. Also x zu y ist in diesem Fall das gleiche wie der Abschnitt C zum langen Abschnitt und der würde hier lauten C plus D. Mit Hilfe dieser Zeichnung möchte ich dir nun noch eine praktische Anwendung für den Strahlensatz zeigen. Du siehst hier ein Gebäude mit drei Türmen und davor steht ein Mann. Links oben im Bild siehst du die Sonnenscheinen. Der Mann wirft nun also einen Schatten. Ebenso wirft der Turm einen Schatten. Wie du hier erkennen kannst, lässt sich in diese Zeichnung auch wieder der Strahlensatz einzeichnen. Die Höhe des Hauses und die Größe des Mannes sind dabei die parallelen Abschnitte. Nun sehen wir uns die dazu passenden Maße an. Der Mann ist 1,8 Meter groß und er wirft einen Schatten in der Länge von 3,5 Meter. Die Höhe des Gebäudes wissen wir nicht, aber wir wissen wie lang der Schatten des Gebäudes ist. Und zwar beträgt die Distanz vom Gebäude zum Mann 12 Meter und dann kommen noch die 3,5 Meter Schattenlänge dazu. Das Gebäude wirft also einen Schatten von 15,5 Metern. Die Spitze des Schatten des Mannes und die Spitze des Schatten des Gebäudes enden in demselben Punkt und zwar hier im Punkt Z. Um die Höhe des Gebäudes berechnen zu können, benötigen wir den zweiten Strahlensatz, da eine der Parallelabschnitte, nämlich die Höhe des Gebäudes, unbekannt ist. Dazu habe ich dir erst rechts oben noch einmal eine Skizze für den zweiten Strahlensatz eingeblendet. Der zweite Strahlensatz, den wir hier anwenden, lautet x zu y ist das gleiche wie a zu a plus b. Nun setzen wir in diese Formel die uns bekannten Größen ein. x ist in diesem Fall die Größe des Mannes, also 1,8. Das setzen wir ins Verhältnis zur Höhe des Gebäudes, die ist h und noch unbekannt. Und dieses Verhältnis ist dann gleich wie die Länge a, also die Länge des Schattens des Mannes, 3,5 Meter zu 15,5, das ist die Schattenlänge des Gebäudes. Um diese Verhältnisgleichung nun aufzulösen, multiplizieren wir die beiden Außenglieder miteinander und die beiden Innenglieder miteinander, 1,8 mal 15,5 ist 27,9 und das wäre das gleiche wie h mal 3,5, also 3,5h. Nun dividieren wir durch 3,5 und wir erhalten 7,97 als gerundeten Wert für die Höhe des Gebäudes. Das Gebäude hat also eine Höhe von 7,97 Meter. Diesen Hefteintrag zu den Strahlensätzen schreibst du bitte wieder wie immer in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du in der Videobeschreibung oder direkt auf meinem Blog und ich freue mich auf die nächste Mathematikstunde.